Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jonny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Silberbruchmine. Ich bin nicht allein, ich habe den guten Lychee-Saft aus meiner Freundin ist es dabei. Das hat sich zufällig ergeben. Ja, ich wollte eigentlich hier irgendwie mich bewegen. So, wir gehen auf den Hunter. Scheiße, er ist raus. Okay, Stunning. Ich muss mal durcheinander. Zack. Nein, Demon Hunter. Keiner will dich, keiner braucht dich, keiner mag dich. Oh Gott, das läuft gerade nicht. Okay, versuchen wir uns nochmal. Wir gehen auf den Pally hier. Judgment drauf. Okay, tot. Am Hunter sind wir dran, der hat nichts mehr, der stirbt also. So, genau. Da ist der Rogue. Gehen wir mal langsam. Okay, der ist abgehauen. Wir müssen hier weiter weg. Oh, wir haben alle drei Magier an erster Stelle mal lieber schon. Wow. Okay, scheiße. Das Ding haben wir nicht. Kacke. Jetzt hat keiner aufgepasst. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites Teil. Das heißt, wir holen uns jetzt Stein oben. Oh, wir haben einen Heiler. Okay, gut. Jetzt sind hier drei, das reicht. Vier, nee, nee, das ist okay. Wir müssen nicht noch weitere hin. Genau, dann können wir die hier abfangen. Pally ist tot. Kriege ich ihn nicht? Kriege ich ihn? Kriege ich ihn? Ah, nein. Können wir hier mal heilen. So, drei, zwei, eins. Zack, inline. Gleich, sobald er rauskommt, sofort. Klinge der Gerechtigkeit drin haben. Wenn man hier Law and Order, also Rechte und Ordnung geskillt hat. Ein Magier kommt aus dem Block raus, sofort. Klinge der Gerechtigkeit machen, denn dann hat er den Slow schon mal drauf. Kann also nicht abhauen, dann muss definitiv blinzeln. Das ist das eine. Kondoswerk macht man down. Und das andere ist einfach, man hat nur, falls er trotzdem irgendwie rauskommt. Wir haben dann noch unseren normalen Slow. Also, Hand der Hinderung haben wir trotzdem noch. Kriegst du die Block? Ich heile mir mal. Hallo, Paladin. Shield of Vengeance ist jetzt ab. Der Rove greifen wir mal an. Der ist tot. Paladin wird es wieder versuchen. Er wird aber kläglich scheitern. Wollen wir ihn vorher töten? So, schön gegenheilen. Da ist der Droide. Den geben wir mal an. Er ist geslowed und tot. Mage, du kriegst einen Stun. Justiger's Vengeance, er hat es schon aufgegeben. Der ist jetzt raus. Schön. So geht es natürlich auch. Gegner total vernichtet. Okay, wir müssen Wasser kriegen. Okay, da gehen schon einige hin. Dann kann ich ihm ja helfen, indem ich ihn langsam mache. Eingreifen können wir ihn trotzdem. Ja, okay, jetzt haben wir noch einen Highlighter dabei. Jetzt ist er sowieso einfach. So, jetzt ist Feierabend hier. Wings ausgepackt. CSI, du kannst hier nichts mehr reißen. Nee, da ging auch für ihn nichts mehr. So, bam. Einstecken. Und weg hier. Nee, Wasser, Hammer. Oh, wir kriegen drei Lohen durch. Nee, oh, die haben sie noch getappt. Sauerei. So, das ist ein Mage. Charmy. Noch mal slow enden dran. So, Justica's Vengeance. So, damit wir ein bisschen Heilung kriegen. Das ist dann mehr einfach. So, Mage kriegt Judgment ab. Und stirbt schon. So geht's auch. Komm mal her, Litchi. Machen wir nicht mal. Können wir den klauen? Ja. Ach, klauen. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Den brauchen wir. Der Paladin wird nicht weit kommen. Ah, schade, wollte noch klauen. Irgendwas hat mich im Target. Nee, doch nicht. Ja, das ist echt ärgerlich, dass wir die noch gekriegt haben. Ich wusste gar nicht, dass so viel da ist. Ich dachte, die waren alle tot. Das ist ja nicht, dass wir kriegen drei Lohen durch. Aber da oben ein bisschen mehr. Das ist mindestens ein Magier. Der wird gleich sterben. Ja. Oh, das ist ein bisschen mehr. Ein, zwei, drei, vier. Totem der Erdbindung ist down. Das Shield of Vengeance ist gleich... Nein, noch nicht. Jetzt ist es ab. Ey. So, Feierabend. Genau. Schön. Haben wir noch alle gekriegt. Ja. Sieht gut aus, oder? Die haben trotzdem 400 Punkte. Nicht unterschätzen. Zwei Lohen mehr geholt und auf einmal haben sie uns. Die haben wir, die haben wir auch. Die geht gleich noch durch. Ein Euro. Ei, ei, ei. Hui. Die haben wir uns erstmal. So, die ist uns. Jetzt gleich mal inline, genau. Mage ist geslönt. Die war in Storm, damit wir ihn kriegen. So geht es natürlich auch. Zack, mal ein Crit reingedrückt, dann fällt er um. So, halten wir den mal ein bisschen voll. Vielleicht sagt er ja auch Danke. Komm aus dem Cloak raus. Zack, und schon kriegst du den Stun. Ist schon wieder geklaut. Acht Stück schon. Davon habe ich glaube ich sechs geklaut. Hallo Mage. Einfach nicht machen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen weiter weg. Was macht denn der da auf so ein Vögelchen? Okay. Können wir eigentlich irgendwas tun? Können die da was? Was ist es dann? Was hängt gerade? Können wir heilen hier, ne? Ist der überhaupt angreifbar? Der ist dann. Doch, der ist da. Hä? Ach, das ist. Ach ja, das ist Klazenmound. Das ist gerade ein bisschen langweilig. Entschuldigung. Noch ein Euro. Ja gut, okay. Dann gehen wir noch ein bisschen zergen. Ja. Die Alice kommt echt zu nix mehr. So. Was ist dann? So, du bleibst hier. Gesload. Judgment. Wie fies. Inline. Tja, und da ist das wieder erledigt. Oh, die erste Magier. Nun denn, bis zum nächsten Mal. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, dann abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.